Masse-Shakes haben mir dabei geholfen, über 25 Kilogramm zuzunehmen. Dann hat mir Sascha Huber vor ein paar Tagen die R9-Frisur geschnitten und dann kamen solche Kommentare. Mach mal den R9-Masse-Shake. Ich halte das alles nicht mehr aus. Und deswegen mache ich heute den R9-Masse-Shake für euch. Danke nochmal an Sascha. Jawohl, weg damit. Als erstes braucht ihr natürlich einen Mixer. 300 Milliliter Granatapfelsaft. 200 Gramm Ananas. 30 Gramm Kokosflocken. 50 Gramm zarte Haferflocken. Nehmt immer die zarten Haferflocken. Und zwei Skubs Vanilleproteinpulver am besten vom Process und mit dem Rabatt-Cup-Markt 10% sparen. Deckel drauf und mixen. Wir haben jetzt 1000 Kalorien und 61 Gramm Proteine. Prost, rein damit. Sehr, sehr süß. Ich empfehle euch, macht auf jeden Fall noch 100, 200 Milliliter Wasser rein, aber kann man sich auf jeden Fall gönnen. Weg damit.